Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit! Ich hör ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack? Sir! Jawohl, Sir! Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe, seid ihr Priester des Todes und betet am Krieg. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden, seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen, seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger jeden Spaghetti's Latinos. Hier seid ihr alle zusammen gleichwertlos. Und meine Ordner lautet, alle Schlappschwänze auszusandern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Chor. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit! Ich kann nichts hören! Sir! Jawohl, Sir! Wie ist Ihr Name, Saftsack? Sir! Private Brown, Sir! Bullshit! Von jetzt an sind Sie Private Schneewittchen. Gefällt Ihnen der Name? Sir! Jawohl, Sir! Aber es gibt was, das wird Ihnen nicht gefallen, Private Schneewittchen. Es gibt nicht Brathäntchen und Wassermelonen jeden Tag als Hauptmahlzeit in meiner Kantine. Sir! Jawohl, Sir! Sind Sie vielleicht John Wayne? Oder bin ich das? Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobbyarschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen? Ist ja wunderbar! Ich werd euch schinken, bis ihr am Verratten seid! Ich schinkt euch, bis euch Butter mich aus dem Arsch noch läuft! Waren Sie das, ihr heutiger kleiner Ficker? Sir! Nein, Sir! Sie, kleine Haufen Scheiße! Sie sehen aus wie ein Wurm, ich werd Sie warmst! Sir! Nein, Sir! Sir! Ich war das, Sir! Na, das ist ja toll! Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Private Joker! Ich bewundere Sie aufrichtig! Sie gefallen mir! Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause und ficken Sie meine Schwester! Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Hier wird nicht gelacht! Hier wird nicht geheult! Garantiert, das prügel ich euch in die Kämpfe rein! Jetzt ziehen Sie auf! Los, auf die Beine! Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Sir! Jawohl, Sir! Private Joker, warum wollten Sie zu meinem geliebten Kurs? Sir, um zu töten, Sir! Sie sind also ein Killer! Sir! Jawohl, Sir! Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht! Sir! Wie sehen Sie im Kampf aus? Ah! Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen! Ah! Bullshit! Das lässt mich völlig kalt! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht! Ah! Vor Ihnen hätte ich keine Angst! Üben Sie! Sir! Jawohl, Sir!